und zwar willkommen zurück zum super marl bros wonder bevor es gleich aufgeht zu welt 6 nehmen wir erstmal noch diesen weg in die spezialwelt so let's go letzte level der spezialwelt mit dem spezial turnstunde ok schwierigkeit natürlich da bin ich mal gespannt ok muss wir jetzt immer auf die gummi aus rauskriegen aber wir sind kunders kann den musik und man rechtzeitig runter ja dann lauf ich schnell jo bounce bounce schon so ne hart kaiser noch schnell nein der hüpft ja gar nicht so hoch abzeichen ist voll egal wieder wieso kombos sind ok jetzt noch mal jetzt auch auf jeden Fall immer schnell laufen schnell laufen ich glaube auch an mich ein hoch ja 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 genau gestorben wie krass nur weil wir ein gumba sind der gleiche fehler noch einmal warum nicht ja gar nichts nur nur dass ich jetzt hier nicht gestorben wieder mann kann man nicht mal springen das ist so schnell auch nicht ja 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 So, let's go. Na, genug Leben habe ich noch. Ich glaube an dich. Boah, sei ruhig einfach, ey. Okay, ich warte, wir können echt nicht weit hüpfen. Kann man gar nicht direkt durch. Los, warte, wir können. Ja, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Interessant gemacht. Hoch, oh, oh. geschafft fünf sterne wert ich kann wenigstens stehen das ist gut es kann ich schwer eins der eintritt und speziell wird man musste sich noch ein bisschen konzentrieren was schaffen können aber ja und somit haben wir in der spezialwelt alle level ist auch das hier noch nicht dass wir jetzt machen bevor es dann zu weit sechs geht was haben wir ja halb final test piranha ok fünf sterne wieder jetzt wird gesungen als halb final also kommt ich bin mal gespannt auf jeden fall alle in der kirche mitten es ist okay wir nehmen auf jeden fall ein pilz auf die kanone muss ich echt achten das war das war das könnte jetzt noch heute das war das war Okay, das ist vollgendermaßen leicht. Okay, wir sind jetzt in der 1. Ha! Ah, gewusst und ausgewischen. Und da sterbe ich hier, Alter. Okay, jetzt hier alle Böcke. Nein! Oh Mann! Okay, fünf Sterne hat es vielleicht auch verdient. Ich weiß nicht, wo die zwei Gründe sein sollen. Auf jeden Fall kriegt man ein Nutze, wenn man diese ersten Bilder knüpfen nimmt. Waui! Waui! Ah, wieso? Ich persönlich sprühe. Ich dachte, ich habe schon dieses Komponierdinger. Oh, komm, tot. Jetzt aber. Falsch Charakter. Kann ich mich ändern? Charakter, Charakter, nein? Jetzt ist alles tot, sonst macht's Mario. Hier, Upp, Rashi. Hopp, zieh. Hopp, 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 hopp. Einfach jetzt hier warten. Und zu treffen lassen. Oh, richtig cool. Oh, kann ich mitnehmen. Oh, Mann! Oh, Mann! passt wieder hier jetzt schnell zweite 10er nice und jetzt geht es ab okay wie soll ich da jetzt durch kommen wir uns an der stelle damit wieder aber dann richtig schnell wurde ok let's go habe ich ja schon da ist außer schmocken sind nichts mehr so der goldene jetzt so jetzt kommt ein ziel glaube ich nächste besucher mit ja auch nicht aber geil einsteck easy was los und ich habe die goldene fahne das sieht sehr gut aus sehr schön jetzt kommt vielleicht es geht noch gleich weiter auch nicht mehr viel um alle zu laut habe ich jetzt alle hier fehlen noch vier stück ok machen wir das noch voll dann noch mal weiter kaufen dann auch zum finale der welt schon fertig bevor wir bei 6 version hier brauchen wir nämlich 16 deutsche dinge wo das heißt es fehlt noch irgendwo was wir haben zwei sammler bekommen hier ist jetzt wirklich bisher alles ein paar sammeln zwei stück die ausstellung ach von welt 6 kommen wir noch in spezial wird ja selbst ja genau 6 kommt ja noch spezial würden machen wir uns auf den weg also kommt das finale da auf jeden fall an einige folgen später erst willkommen in welt 6 so viel aber bin ich super es bestimmt schon langweilig davon nur um zu sitzen und die unter kraft zu sammeln da schaffe ich es ja dass die lava in die luft geht wenn wir in die lange weide verteilen ich wollte jetzt kopf sagen kommen 6 mit dem namen magma tiefen schafft weil das manchmal erstreckend sich bis tief in den untergrund und einige forscher problem in diesem faszinierenden ort eingehend studieren und den observatorien einen besuch abstatten vielleicht weiß man dort etwas über den königsraum auch heute nur tot oder was bei grünen bitte du musst uns helfen künstler in den mann hat gegen die dinge von sich noch passt eingenommen wurde dass wir merken die dinge hat ja das mama wird heißer und heißer und immer heißer durch die viele hitze buchen die überbranken aus dem tiefen dschungel jetzt überall nämlich frax befinden wir uns in erheblicher gefahrt ach dieser jahr nichts als ärger bestimmt hat er auch den könig veranwalt sich im belast bitte befreien kann auch diese wunderbaren mit er solltet ihr glück bringt okay dankeschön wunderbar erhalten ein level schaffen jetzt hälfte der eigenen schutzkopf okay das kann in unserem land machen wir heute nur ich glaube wir wollen ja einige sachen wöchel hier 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 wir brauchen auch die Fähigkeiten und dann komme ich nicht durch ok, das könnte nicht sein aber das war jetzt richtig zufällig oder auch nicht, von links hat man gesehen komm Tor, kommst du nicht hoch? ich habe eine andere Idee das war sogar die erste nochmal 3 Nein, das ist ein kleines Garnix. Kaput! kann ich hier vielleicht sein? Ich kann mich auch nicht dran nehmen Dann muss ich den wieder umbringen? Kann ich das machen? Nein, also das geht schon mal nicht Ich spiel mal ein, ja, das macht Sinn Nummer 4 Wie kriege ich diese Marke? Da geht gar nichts kaputt Kann ich hier irgendwie so runter? Rein? Aha Okay, Nummer 4 Jetzt sind wir mal Nummer 5 Da bocken wir jetzt Wasser immer Da kann ich nicht durch hier big brain braucht man nicht durch ist richtig schlau lassen wir was vorstehen im halbfinale vom spezial jetzt schon jetzt am ende aber nächstes mal gibt es dann als erstes als erstes sind allerdings und zwar oben zur schwebe hochsprung zwei damit hat sich fürs zuschauen sagt noch nicht draußen bei dem schritt und schau